Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist bei mir die aktuelle Degusta-Box in der April-Variante eingetroffen. Die ist hier, die ist groß, die ist schwer, die wiegt ungefähr 4 Kilo, ne 4,5 Kilo stand glaube ich drauf. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist eine Foodbox, die monatlich erscheint. Ich habe sie seit Ewigkeiten im Abo gehabt und dann kam die Degusta-Box irgendwann auf mich zu. Hat gefragt, ob wir zusammen kooperieren wollen. Ich habe Jo gesagt, ihr könnt damit nämlich ein bisschen was sparen, denn ich habe einen Code dadurch bekommen. Dadurch kostet die erste Box für euch nicht 15,99 Euro, sondern 9,99 Euro. Und ich kann dann auch in jedem Video eine Box an einen von euch verlosen. Alles was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Ich bin sehr aufgeregt, was in dieser Box drin ist, denn... Ich habe Hunger. Ich habe sehr großen Hunger. Ich bin eine kleine Naschkatze und ich mag es einfach gerne, neue Dinge auszuprobieren. Und das ist halt auch das, was man mögen sollte, wenn man die Degusta-Box im Abo haben möchte. Dass man halt so ein bisschen auch nach links und rechts schauen möchte. Und sich nicht nur auf die üblichen Dinge einlassen möchte, sondern auch mal was Neues entdeckt. Ja, ich stehe drauf. Und wir haben hier auch immer super coole Food-Produkte drin, Neuheiten, aber auch Basics. Und ich freue mich da jedes Mal wie ein kleines Kind drüber. Tja, ich mache hier einfach mal den Klebi auf. Dann können wir mal auch den Flyer entfernen. Dann teile ich euch die mal hoch. Wie das so von innen aussieht, wenn man diese Box so bekommt. Das ist immer wieder wie so eine kleine Surprise-Geschichte, aber richtig geil. Du hast halt vom Wert her immer irgendwie über 20 Euro oder so. Also es lohnt sich eigentlich preis-leistungstechnisch. Gesetz den Fall, dass man halt wirklich auch gerne mal ein bisschen was ausprobiert. Hier habe ich ein Namaste auf die Machbarkeit. Also eine Probiergeschichte habe ich hier drin. Ich bin mal gespannt, welchen ich hier drin habe. Glücksgefühle. Ich stehe auf den Typen. Wie geil ist er bitte? Ich finde den total sympathisch, ne? Jo, da ist ein Tee drin. Ich trinke auch in letzter Zeit recht viel Tee. Ich habe jetzt hier auch gerade so einen Kräutertee am Start. Und weil ich Lipgloss drauf habe, ist hier ein Strohhalm drin. Strohhalm ist richtig alt. Vor fünf Jahren oder sechs Jahren haben wir die gekauft. Wir haben da halt immer noch welche von diesen Plastikviechern. Ja. Wir brauchen die halt auch. Wir haben aber auch natürlich Glasstrohhalme. Und wir haben auch Nudelstrohhalme. Und je nachdem, was halt gerade so in meine Hände fällt, ne? Nehme ich dann halt immer einen Tee oder in mein Getränk mit rein. Jo, ne? Aber das finde ich gut. Der wird aufgebraucht. Der wird verwendet. Hier habe ich auch einen Flyer, wo die ganzen Produkte aufgeführt sind. Das wird auch nochmal schön mit Preisen und so, ne? Dann sind hier auch noch so ein paar, ähm, ja, Rezeptideen. Gratiniertes Carpaccio von der Lachsforelle in Meerertichmarinade mit Rauke, Birne und Brotcrumble. Also das hört sich schon mal richtig geil an. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Finde die zehn Fehler und gewinne eine Degusta-Box. Das ist natürlich auch ganz fancy, ne? Kannst ja an so einem Gewinnspiel teilnehmen. So, Produkt in der Box habe ich als allererstes Grispies Lemon Cream. Sowas könnte was für meinen Freund sein, denn der mag ja auch gerne zum Beispiel so Gelee-Bananen oder so. Ja, Rich and Creamy Center. Also innen drin ist dann Limone. Ich mag sowas nicht. Gar nicht. Finde ich gruselig, um ehrlich zu sein sogar. Aber vielleicht mag mein Freund das. Ja, aber der mag ja auch sowas wie After Eight, was ich ganz gruselig finde. Nix für mich. Vollkommen ehrlich. Ähm, ja. Okay, vielleicht geht's jetzt besser weiter. Äh, Sportness. Protein-Linsen-Chips. Hoher Proteingehalt. Glutenfrei-Paprika-Geschmack. Das ist was für mich. Sowas mag ich doch ganz gerne. Das ist so eine kleine Snack-Portion, ne? Ja. Was ist denn hier drin? 40 Gramm. Das reicht auf jeden Fall für einen Abend, ne? Wenn ich mich dann auf der Couch, vor die Couch lege, dann auf die Couch vor dem Fernseher. Ähm, und das ist halt aus Linsen. Das heißt, äh, es ist dann wahrscheinlich ein bisschen gesünder, als wenn das aus Kartoffeln ist. Vielleicht auch ein bisschen sättigender. Keine Ahnung. Also das ist jetzt nicht was für jetzt. Sammy denkt sich, das wäre was für jetzt. Und setzt sich einfach mal hier hin. Moin. Übrigens, Sammy hat ein Buch herausgebracht, ne? Also Sammy und ich. Also eigentlich ich. Aber Sammy eigentlich. Äh, Sammy endlich ankommen, heißt das Buch. Im Pelletier Verlag ist in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Auf jeden Fall habe ich da Bock drauf. Werden auf jeden Fall vernichtet. Aber ist jetzt gerade nicht so unbedingt was für mich, ne? Das Beutnis gibt es wohl bei DM, steht da drauf. Finde ich auch interessant. Doch stimmt, ich hatte auch schon mal so Proteinregelmeter gekauft. Dann habe ich hier ein Getränk drin enthalten. Oh geil, Capri-Sonne. Oder Capri-Sun and Bubbles. Äh, prickelnd, fruchtig, lecker. Doch, sowas mag ich. Cool, ein säurehaltiges Getränk ist das. Das kann ich doch jetzt mal probieren. Das ist, das ist doch jetzt mal sehr praktisch. Huch. Ich weiß nicht, wie das dann schmecken wird. Ich liebe Capri-Sun. Capri-Sonne, das sage ich immer noch. Habe ich als Kind so kennengelernt. Das bleibt dann auch drin. Strom halten wir, ne? Ui, das ist aber sauer. Das ist richtig sauer, Leute. Uh. Und gleichzeitig quietsche süß. Das ist krass. Das ist ein krasses Geschmacksgedöns hier. Man sieht es wahrscheinlich, ne? Das ist ein bisschen sauer. Aber sauer macht lustig. Irgendwie finde ich es witzig. Aber ich muss erst mal meinen Tee leer trinken. Und dann kann ich mir die Capri-Sonne gönnen. Aber das ist hardcore. Wow. Vegan. Auch interessant, ne? Übrigens platziere ich immer hier die Produkte aus der Degusta-Box. Und dann kommt mein Freund später rein. Und dann gucken wir zusammen nochmal die Produkte durch. Voll geil. Dann habe ich hier als nächstes... Was ist das denn? Was ist das denn? Nein! Geil! Fabulous Pancake-Mix. Ist das Pulver? Wahrscheinlich dann, ne? Just Add Milk. Wie geil ist das denn? Jetzt steht sie wieder drauf. 12 Portionen. 360 Gramm Natural Ingredients. Sowas mag ich. Und Milch hat man ja auch wohl da, ne? Ja gut, wir jetzt aktuell nicht. Müssen wir neu kaufen. Aber ich habe zum Beispiel Mandelmilch da. Dann könnte ich das theoretisch ja machen. Und dann machst du das einfach in der Pfanne. Ist das geil. Ist das geil. Erst zwei Minuten von der einen Seite. Dann eine Minute von der anderen Seite. Finde ich cool. Also das habe ich noch nie gesehen. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Farin Up. Fabulous Pancake-Mix. Natural and Delicious. Brauchst natürlich noch Ahornsirup, ne? Dann hast du nämlich das komplette Feeling. Finde ich cool. Das finde ich total aufregend, ne? Ich bin gerade begeistert. Geil. Mag ich. Perfekt. 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 Wir bekommen nämlich ziemlich viel Besuch in der nächsten Zeit. Also gut. Wenn ihr das Video seht, war der Besuch wahrscheinlich schon da. Heute ist nämlich Samstag. Ach Quatsch. Freitag, wo ich drehe. Der 8. April. Am 10. April kommt nämlich Danny vorbei. Freue ich mich mega drauf. Und am Dienstag, was ist denn für ein Tag? 12. Ja. Kommt die liebe Sarah Isabel vorbei. Und dann kann ich mir vorstellen, dass ich mit ihr zusammen Pancakes mache. Uh. Mega geil. Okay. What have we now? Vadam India Turmeric Sampler. Indian Superfood with Powerful Curcumin. Also mit Kurkuma. Ein Tee. Herbal Tea. Ich mag das nicht so gerne. Vier Teebeutel sind hier drin. Also ich bin jetzt nicht so der Ultra-Kurkuma-Fan, was Tee angeht. Ich habe jetzt super viel in letzter Zeit diese goldene Milch getrunken. Und die habe ich mir echt reingeprügelt. Das hat halt so ein kleines Geschmäckle hinterlassen in mir drin, dass ich leider nicht der Ultra-Fan von Kurkuma bin. Ist wie das. Und ja, das wird weiter wandern. Ich habe Freundinnen, die mögen das bestimmt. Oder meine Mom oder so. Große Familie. Da frage ich einfach mal nach. So. Wow. Hier ist noch so viel drin. Okay. Das trinke ich jetzt aber nicht an. Das ist von Fachinger. Milde Orange. Milde Orangensaft aus Orangensaft-Konzentrat. Weniger Säure. Das ist natürlich geil, weil ich bin überhaupt kein Fan von diesen super sauren Orangensaften oder Säften allgemein. Und verdünnen mir die super häufig mit Wasser. Wenn hier halt weniger Säure drin ist, ist es auch ein bisschen bekömmlicher für mich. Weil ich habe öfters so mit Sodbrennen und so Probleme. Ja. Und dann kann ich mir vorstellen, dass ich mir das einfach verdünnt trinken werde. Und wenn das weniger Säure hat, ist es sogar noch besser. Nö, das werde ich mal ausprobieren. Und so ein O-Saft zu Hause zu haben, da freue ich mich drüber. Da freut mein Freund sich drüber. Aber 1a. Nee, finde ich klasse. Ist halt riesig, ne? Und ich habe ja gerade diese wundervolle Capri-Sonne offen. Capri-Sonne. Ist so sauer. Dann habe ich hier drin Vegan Raw Chocolate Salted Toffee Caramel Salé Little Love. Okay, das ist einfach Schokolade mit Kokosnussblüten Nektar. Okay. Joa. Wie schmeckt denn sowas? Das können wir doch mal kurz ein bisschen anbeißen, oder? Mein Magen knurrt gerade so hart, Leute. Der sagt, ey, du kannst ja nicht ständig irgendwelche Essenssachen auspacken und mir nichts geben. Das ist nicht nett. Ja. Und da steht halt auch wirklich Little Love drauf. Der Geschmack kommt nachher. Erst dachte ich nämlich, dass es so ein bisschen sandig schmecken würde. Tut's auch. Also das Mundgefühl ist nicht ganz so geil. Und dann hast du halt dieses Salzige dabei, was natürlich die Süße auch ein Stück weit hervorhebt. Und dieses Karamellige hat man auch irgendwie mit dabei. Sehr, sehr interessante Geschmackskombinationen, muss ich gestehen. Vor allem, dass es vegan ist, finde ich auch echt spektakulär. Komm, jetzt nicht alles essen hier. Vielleicht ist hier noch irgendwas Krasses drin, was den Magen mega krass füllen wird, ne? Okay. Das hier war um den Osap drum herum. Das ist immer ganz gut, dass es halt geschützter ist, ne? Da hatte ich jetzt nämlich letztens mit meiner Degusterbox Cold ein kleines Problemchen gehabt. Aber da ist tatsächlich, ja, das Wetter vor allem dran schuld gewesen, denn es war super windig. Und es war ein anderer DHL-Bote als der, den wir normalerweise haben. Und dann wurde das Paket an einem Ort hingestellt, wo wir normalerweise keine Pakete abstellen sollten. Und dann kam ein Wind. Dann kam ein böser, böser Wind. Und ein großer Wind, der sogar mein Vogelhäuschen umgehauen hat. Ja. Und dann war das hin. Dann war es echt... No, das war so schade. Weil ich eigentlich ein mega Fan von der Degusterbox Cold bin, ne? Das war echt schade. Schade. Wirklich schade. Und die war so toll befüllt dieses Mal. Egal. Hier habe ich jetzt was drin enthalten. Hafervoll. Organic Flapjack. Banana and Brazelnut. Okay, das werde ich jetzt nicht essen. Das ist eher was so als Frühstück. Weil das hat schon derbe Kabittjes dahinter, so ein Flapjack, ne? Das kann ich jetzt nicht essen. Zumal ich gleich mit meinen Mädels essen gehen werde. Und, ähm, ja. Also das ist auf jeden Fall lecker, denke ich mal. Weil das halt mit diesem Bananengedönsen ist. Ich liebe Bananengedönsen. Und habe auch in letzter Zeit super viele Bananen bei uns im Kühlschrank. Also ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Und, ähm, ja, ne? Frühstückmäßig. Genauso wie die, äh, Pancakes. Genau. So. Weiter. Wir haben hier noch schöne, schöne, schöne Sachen drin. Hier habe ich was ganz Aufregendes. Das finde ich ja interessant. Ähm, Hemi. Hanfsamen trinken. Zuckerfrei. Low Carb. Rette die Erde. Dein Stück Erde e.V. Hemdmilch mit CK. Eine Hanfmilch. Also ich habe ja schon vieles an Milch getrunken, ne? Bin auf Hafer, äh, auf, ähm, jetzt hat es mich ganz verwirrt. Auf Mandelmilch hängen geblieben. Das ist ja mal spektakulär. Mit Hanfsamen. Na gut, warum nicht, ne? Kann ich jetzt ja mal probieren. Ich hätte jetzt ja gerne irgendwie, komm, ich mach mal eben meinen Tee leer. Dann kann ich das nämlich reinschütten. Habe ich jetzt mal ein bisschen hier was reingemacht, dass ihr das auch sehen könnt, ne? Sieht aus wie halt ganz normal so eine Milch, die man halt so eine Mandelmilch oder sowas. Halt nicht wie eine klassische Milch, weil klassische Milch ist, ähm, milchiger. Ich liebe es, wenn ich so intelligent rede, ne? Ähm, ja. Also die ist halt, man merkt, dass die etwas wässriger ist, ne? So, und jetzt nehme ich meinen Stroh-Halm. Hm. Nee. Hat so einen grasigen, also rasigen, ne? Wie Rasen, Nachgeschmack. Nee, 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 nee. Lieber, lieber Mandelmilch. Tatsächlich. Huh. Nee. Das kommt so komisch durch die Nase jetzt gerade. Das mag ich nicht so gerne. So. Was haben wir denn hier? Kein. Und ich kaufe mir vor zwei Tagen noch eine Marmelade. Ich Vogel. Hm. Hätte doch einfach mal auf die Degustabaks warten können. Darbo, Zucker reduziert, ein Drittel weniger Zucker. Äh, mit 80% Fruchtanteil. Hier haben wir eine Erdbeermarmelade drin. Finde ich klasse. Kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich esse in letzter Zeit halt auch wirklich häufiger, so klassisch morgens Frühstück mit Brot, abends, Abendbrot, ne? Also wirklich ganz klassisch. Und nicht dieses TK-Pizza mal eben in den Ofen oder mal eben so ein bisschen Fertignahrung oder so. Sondern wirklich, na, sinnvolle Geschichten hau ich in mich rein. Und, äh, jo. Die mag ich. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal da. War das Erdbeere? Oder hatte ich die als eine andere Version? Das weiß ich nicht. Mochte ich auf jeden Fall. So. Wir haben noch was hier drin. Es ist ganz schön, ganz schön frei gefüllt diesmal. Kann man echt nicht anders sagen. Äh, uah, warte. Ein bisschen mehr sogar. Drei Sachen sind das. Ähm, ganz schön viel Glassachen. Also einmal habe ich hier von Italian for Flavor Gia Sun Dried Tomato Püree. Das ist hier in so einer Tube. Einfach, huch, ist das wie, ähm, Tomatenmark. Weiß ich jetzt nicht, ne? 80 Gramm sind hier drin. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Ne? Für eine schöne, schnelle Tomatensauce. Nimmst du dir einfach ein bisschen Tomatenmark und machst das mit einer Mehlschwitze oder so. Dann hast du da auf jeden Fall schon mal was Leckeres. Finde ich cool. Und dann habe ich hier was. Das ist ganz schön groß, Leute. Natürliche Wurzelwürze von Kochs. Sahnemeerrettich. Verbesserte Rezeptur. Ich weiß gar nicht, wo wir das damals viel drin hatten. Ich glaube, irgendeinen Dip oder so haben mein Freund und ich öfters mal mit diesem Sahne-Meerrettich gemacht. Oder auf Fisch ist es ja auch immer ganz geil, ne? Muss man mal gucken, wie wir das so voneinander kriegen. Finde ich aber cool. Mag ich gerne leiden. Das ist eine ganz, ganz leckere Geschichte. Dieses Sahne-Meerrettich-Gedöns. Das passt jetzt auch. Wenn die Grill-Saison eröffnet, wird mein Freund hat nämlich jetzt die Woche vor Ostern Urlaub und dann sagt er auch, es wird gegrillt, Schätzleiner. Ich habe gesagt, ja. Machen wir. Hier habe ich jetzt ein Bier noch mit dabei. Das ist natürlich mit fruchtiger Zitrone, Erdinger Brauhaus Bayern, Naturradler. Ist super. 2,6% Alkohol sind hier drin enthalten. Das ist eine 50-50-Mischung. Also 50% Erdinger, 50% von diesem, ja, äh, was ist das dann? Spreit oder so wird dann ja meistens genommen, ne? Ja, Zitronensaft-Mischgetränk, genau. Und, ähm, ne? Ja, ist auf jeden Fall ab und an mal, dass wir eine Flasche Bier oder sowas mit dabei haben oder eine Flasche Wein. Ähm, ich bin jetzt wieder mal auf dem Trip, dass ich halt kein Alkohol trinke. Deswegen wird das weiter wandern, aber es ist nicht schlimm. Da haben wir in unserem Umfeld genug Abnehmer oder dass dann halt auch mal mein Papa oder so vorbeikommt, ne? Und, ähm, das dann mal probiert. Heidenei. Das war mal eine sehr, 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 sehr spezielle Auswahl. Hier haben wir jetzt nicht so diese klassischen Basic-Produkte drin, abgesehen von der Erdbeermarmelade. Aber ansonsten war das ja alles so speziell, ne? Also Hanf, Milch und so voll krass. Pancakes aus dem Quetschivieh. Mega geil. Nur noch mit Milch dabei. Voll cool. Also hat mir gefallen. Man hätte übrigens bei diesen Pancakes noch andere Varianten drin haben können. Ähm, und zwar, das wäre auch geil gewesen, Waffeln oder Brownies, ne? Ähm, diesen Flapjack hätte man auch in, äh, anderen Geschmacksrichtungen haben können. Cocoa Nip, Hazelnut, nee, Cocoa Nip und Hazelnut, Berry and Cashew, Kia und Pistachio oder Banana und Brazelnut, was ich halt habe. Ähm, tatsächlich dieses Vicenzi Grispy Lemon ist das Produkt des Monats. Ja, leider nicht so ganz mein Geschmack. Von dem Fachinger, ähm, hätte, hätte man auch noch einen milden, milden Multi drin haben können. Das wäre auch gut gewesen. Und man hätte auch noch, äh, den Hanfsamen-Drink in Original drin haben können. Ich habe jetzt die zuckerfreie Variante. Joa. Ne? Also ab und an sind da mal andere Variationen möglich. Aber im Großen und Ganzen ist das, was man drin hat, eigentlich recht identisch. Ich mag die Tegusta-Box. Fand sie, wie gesagt, dieses Mal sehr speziell. Aber trotzdem geil. Also lohnt sich immer wieder. Immer wieder. Es ist einfach total cool, mal auf eine andere Reise genommen zu werden. Und auch wenn ich das Gesicht ein bisschen verziehe. Letztendlich finde ich es cool. Wirklich. Ich feiere das jedes Mal. So, ihr Lieben. Das war es jetzt hier von mir und dem Unboxing der aktuellen Degusta-Box. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.